Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen heutigen Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 20.000 US-Dollar. Mir fällt gerade auf, ich habe meine Brille vergessen. Egal, wir traden momentan bei ungefähr 20.000 US-Dollar. Wir sind etwas gesunken, war aber absehbar. Wir haben ja die letzten Tage immer darüber gesprochen, dass es momentan kein wirkliches bullisches Sentiment gibt, also nichts Bullisches, worüber wir uns jetzt Gedanken machen sollten, dass wir hier jetzt enorm Richtung 23, 24 oder sogar 25.000 US-Dollar steigen könnten. Es sieht momentan einigermaßen gut aus, dass es sogar noch ein bisschen tiefer geht. Wir haben hier zwar eine kleine Abtrend-Linie bzw. Downtrend-Linie, die wir jetzt wieder retesten. Aber gut, werden wir jetzt dann auf jeden Fall sehen. Wie gesagt, bevor wir starten, lasst den Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, klickt auf die Glocke, dann werdet ihr nämlich immer wieder benachrichtigt. So viel dazu. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 20.000 US-Dollar. Wir sehen leichte Abverkäufe im Markt. EZB-Setzung war gestern um 15.30 Uhr, spricht heute Legat. Dann gibt es noch ein paar News aus den USA, Zwecks, ich glaube, Arbeitsmarktdaten, Inflationsdaten nochmal. Also es sieht momentan eher danach aus, dass wir doch nochmal einen ordentlichen Ruck nach unten hinkriegen. Mit ordentlich meine ich jetzt aber keinen riesen Dump oder sowas, sondern eher in die Region hier in unser Golden Pocket, ungefähr 19.000 bis 19.200 US-Dollar. Das ist die Marke, die ich momentan anvisiere. Was mich etwas gewundert hat, wir sind noch nicht hier ans 0,5er gekommen, beziehungsweise an dem Weekly S1 Pivot. Wir sind nicht daran gebounced momentan, kurz davor. Wir gehen mal ganz kurz in den 1-Stunden-Charter, sieht man das nämlich ganz gut. Ihr seht hier, kein Bounce am Weekly S1, das heißt, die Chance, dass wir hier nochmal runterkommen, ist sogar relativ hoch. Auch aufgrund dessen, ihr seht hier unten dieses steigende Volumen, was mit diesem Wig einherging. Hier davor, gar kein Volumen, ganz normaler Anstieg und dann dieser enorme Push. Heißt für mich, wir werden wahrscheinlich noch diesen Wig hier holen, dann sind wir auch direkt hier an unserem Weekly Pivot S1 plus an unserem Uptrend, beziehungsweise unseren ehemaligen Downtrend, den wir dann retesten würden, um neuen Anlauf hier hoch in die 20k-Region, beziehungsweise 20.800 US-Dollar-Region zu starten. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn diese Zone bricht, müssen wir uns auf jeden Fall andere Gedanken machen, dann werden wir sehr wahrscheinlich die Region um 19.000 US-Dollar nochmal sehen, aufgrund des Golden Pockets. Wir haben hier eine Menge Liquidität, wir haben auch hier noch dieses Void, weshalb es nicht ausgeschlossen ist, dass es sogar Richtung 18.500 US-Dollar geht. Das sind die Marken, wo ich jetzt momentan meine Orders drin liegen habe, heißt, vorm Golden Pocket und hier in dieser Liquidationszone, um dann vielleicht einen potenziellen Up-Move mitzunehmen und dann auch einen schönen doppelten Boden hier in dieser Region möglicherweise zu bilden, der uns dann wirklich nach oben bringt, langfristig und nachhaltig. Das ist momentan die zwei Worte, die wichtig sind, langfristig und nachhaltig denken. Nicht jetzt kurzfristig hoffen, wir gehen jetzt hier Richtung 24k, Boden ist erreicht, danach sieht es momentan noch nicht aus, wir kriegen kein Kaufvolumen rein, wir kriegen keinen richtigen Boden rein. Momentan haben wir zwar noch ein minimal höheres Tief gebildet, aber ich glaube ehrlich gesagt, wie gesagt, dass es nicht hält, sondern dass wir hier nochmal so einen kleinen Retest kriegen und dann nach oben ballern. Was heißt ballern? In Richtung 21k. Und dann wird es interessant, wie wir hier oben am Weekly Pivot bei 20.800 US-Dollar regieren. Einerseits deswegen und andererseits haben wir hier eine schöne neue 4-Stunden-Supply-Zone, also neuer Widerstand, der angetestet werden kann, um dann unser Szenario auszuspielen. Wir kriegen hier die erste Reaktion rein, um dann die nächste Reaktion ins Golden Pocket oder ins 0786er zu kriegen und dann einen neuen Anlauf nach oben hin zu starten. Also im Endeffekt nicht viel anders, als wir gerade besprochen haben. Das W-Pattern wäre dann auf jeden Fall weiterhin valide. Das sind jetzt momentan die zwei Dinger, die ich auf jeden Fall im Blick halte. Skull-Positionen sind auf jeden Fall noch möglich, sollten wir hier wirklich diesen Weekly Pivot nochmal antesten. Und noch was Wichtiges, was für Downside spricht, Michael Saylor hat Bitcoin gekauft. Mal wieder, vielleicht hat das jetzt mal gerafft, ein bisschen mehr DCA zu betreiben und nicht am Top immer zu kaufen, aber für uns ist das ein mieses Zeichen. Michael Saylor kauft, heißt grundsätzlich bei Bitcoin, wir fallen nochmal tiefer. Und das spiegelt sich dann auch hier in meiner Theorie wieder, dass wir einfach diese Kurse nochmal zwischen 18,5 und 19k auf jeden Fall früher oder später sehen. RSI hat noch ein bisschen Luft, aber danach würde ich mich extrem nicht richten. Nur weil der RSI schon relativ weit unten ist, kann es immer noch eine Etappe tiefer gehen. Wir hatten es hier drüben gesehen, wir waren hier zwischenzeitlich bei 12. Also wir haben auch im RSI noch deutlich, deutlich Luft nach unten. So, soviel dazu. Bisschen ausführlich, ein bisschen viel wieder gequatscht bei BTC. Schauen wir uns Ethereum an, gleiches Spiel verhält sich 1 zu 1. Wir hatten hier zweimal eine Bearish Divergence, die jetzt ausgespielt hat. Kein Volumen, gar kein Kaufvolumen, kein Kaufinteresse hier im Markt. Auch hier ein kurzer Blick auf die kleineren Timeframes. Wir sehen hier kein exponentielles Kaufvolumen hier im Markt. So wie wir es bei Bitcoin gerade hatten, diesen 1-Stunden-Wig, den ich denke, dass er noch gefüllt wird, sehen wir bei Ethereum gar nicht. Also ihr seht, Ethereum-Volumen ist absolut im Keller. Keine wirklichen Impulse hier. Wir richten uns hier 1 zu 1 fast am BTC, also auch das Golden Pocket passt perfekt wie mit BTC überein. Ihr seht hier, Golden Pocket liegt hier darunter, die Liquidationszone, wo wir noch unser Void haben. Deswegen bleibt auch hier der Weg nach unten gehen, zumindest hier in diesem Bereich zwischen dem Golden Pocket und dem 0786er. Und dann einen neuen Anlauf nach oben hin starten. Mehr hat sich eigentlich im Endeffekt nicht getan. Warten wir jetzt einfach mal ab, was heute Nachmittag die Daten sagen. Jetzt, ich glaube um 15.30 Uhr, jetzt genau dann wahrscheinlich, wenn das Video online kommt, könnte es turbulenter werden. Kleine Warnung schon mal, by the way. Also ich vermute, die Woche wird noch ein bisschen turbulenter, aber dann eher in die Downside-Richtung. Bevor wir vielleicht wirklich Richtung Wochenende mal ein bisschen mehr Upside kriegen. Aber gut, werden wir dann auf jeden Fall sehen. Schauen wir uns Cardano an. Auch hier wenig, wenig Bewegung. Cardano macht so seinen eigenen Chart, lohnt sich ein bisschen ab von den ganzen anderen. Schauen wir uns XRP an. XRP dafür jetzt endlich in unserer Kaufzone angekommen. Also sehr, sehr gutes Zeichen. Nur was mich halt ein bisschen stört, ist halt einfach gerade BTC. Das ist das, was mich ein bisschen stört. Aber ihr seht hier, wir sind auf unserer, in Anführungszeichen, Bullflag. Wo ich dann schon wieder gehört habe, ja, XRP-Bild, ein riesen Bullflag und so. Preisziel 40, 50 US-Dollar-Cent. Leute, wir haben riesen Arrows-Eye gehabt. Wir haben zwar eine Konsolidierungsphase, die kaum Volumen hatte. Dann Symmetrical Triangle und was weiß ich. Wobei man das Symmetrical Triangle sogar ehrlich gesagt noch durchgehen lassen kann. Wobei die Berührungspunkte echt mager sind hier auf dem 1-Stunden-Chart. Ansonsten hat das ausgespielt, was wir befürchtet haben. Hier, dass es nochmal kurz hoch geht Richtung Monats-Pivot, Weekly-Pivot und dann perfekt Downside momentan. Unser Preisziel einerseits erreicht, das Golden Pocket plus unsere Kaufzone. Wir haben das Void gefüllt. Maximal Downside momentan eher in die Region zwischen 0,31 US-Dollar-Cent. Knapp 0,32 US-Dollar-Cent. Sorry, das meine ich. Das ist so das maximale Downside, wo ich momentan erwarte. Swing-Position könnte man hier möglicherweise eingehen mit einem Stop-Loss unter dem 0,786er. Bisschen risky. Arrows-Eye passt aber dazu. Wir haben eine Bullish Divergence im Arrows-Eye. Also Möglichkeit besteht, hier in einen kleinen Long-Trade reinzugehen. Meinerseits werde ich dann wahrscheinlich auch nach dem Video machen. So, Litecoin würde sich gewünscht. Auch hier mit Fibonacci. Momentan lässt sich wirklich sehr, sehr gut arbeiten. Hier sieht es aber momentan ehrlich gesagt noch ein bisschen nach Downside aus. Ein-Stunden-Chart. Hier jetzt passt auch eher in Richtung Bitcoin-Chart. Wir hatten es bei uns im Rally. Bisschen besser als bei Bitcoin. Deutlich besser als bei Bitcoin. Wir sind jetzt aber auch hier in so einem Punkt, wo ihr seht, okay, wir kommen jetzt gleich in eine krasse Liquidationszone, wo wenig, wenig Volumen ist. Weshalb ich auch hier eher meine Orders in den Bereich des Golden Pockets setzen würde. Beziehungsweise sogar noch tiefer in den Bereich zwischen 45,74 US-Dollar. Diese Zonen werden interessant. Und hier kann man vielleicht auch nochmal Spot nachkaufen. Wer vielleicht mein Altcoin-Video noch nicht gesehen hat, ist nochmal eine Möglichkeit, hier möglicherweise ein bisschen einzusteigen. Und dann hier einen Bounce mitzunehmen. Schauen wir mal. Aber ich sehe hier auf jeden Fall mögliche Positionen momentan, die sich ausspielen könnten. Leicht Volumen, deutlich abfallend. Spricht eher dafür, dass wir ins Golden Pocket auf jeden Fall nochmal runterkommen. Gut. Soviel zu den Altcoins. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Gestern gab es fast keine Kommentare. Schreibt aber eure Altcoin-Wünsche gerne in die Kommentare unten rein. Freue ich mich auf jeden Fall darauf, damit wir alles besprechen können. Morgen kommt kein Update-Video. Ich habe morgen wichtige Termine. Ja, aber dafür gibt es dann abends einen Livestream. Um 19 Uhr machen wir wieder Livestream. Also wer Bock hat, 19 Uhr morgen Livestream. Gerne einschalten, wenn Altcoin-Wünsche sind. Unten in die Kommentare reinschreiben. Sprechen wir mal in den Livestream dran. Oder dann am Freitag im Update-Video. So, jetzt noch ganz kurz zu den News. Gibt es, glaube ich, keine. Ne, Kaufgold mit Sachs. Das hatten wir schon. Ansonsten Polkadot und Solana Altcoin-Shotanalyse. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne vorbei. Damit war es das. Passt auf euch auf. Ein bisschen Volatilität wird wahrscheinlich später jetzt dann noch dazukommen, bevor das Video dann hochgeladen wird oder danach. Aber gut, warten wir mal. Downside vorprogrammiert. Warten wir ab. Wir hören uns auf jeden Fall dann morgen zum Livestream wieder. 19 Uhr. Denkt daran, lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal. Bis morgen. Ciao, ciao. Stay Crypto.